Angesichts der Feindseligkeiten sollte die Frage der Freiheit der ukrainischen Bürger die Grenze zu überschreiten derzeit nicht zur Sprache gebracht werden. Davon ist der Berater des Leiters des Präsidialamtes der Ukraine Michael Podolyak überzeugt, dessen Worte von der ukrainischen Presse zitiert werden. Aber hierzu noch einige aktuelle Aufnahmen aus der Ukraine, die immer wieder zugespielt werden und in Netzwerken veröffentlicht werden, wie Männer regelrecht mit Zwang von ukrainischen Militärkommissaren zur Schlachtbank abgeführt werden. Aber weiter heißt es, einer der wichtigsten Medienvertreter des Kiowa-Regimes nannte die Auseinandersetzungen über die Rechte der ukrainischen Bürger Spekulationen. Er betonte, dass es in jedem Land neben den Rechten auch Pflichten für die Bürger geben müsse. Wenn also der Staat in Friedenszeiten keine Einwände gegen die Ausreise seiner Bürger ins Ausland erhebt, ist ein solches Vorgehen unter Kriegsrecht nicht angemessen. Denn wenn wir sagen, die Grenze für Männer zu öffnen, bedeutet, wer vor der Entscheidung davon laufen will. Und der will auch weglaufen. Podolyak betonte in einem Interview. Beachten Sie, dass Kiew jetzt die Fähigkeit von Männern im wehrfähigen Alter, das Land zu verlassen, stark einschränkt. An den Grenzen der Ukraine werden täglich Männer verhaftet, die versuchen, das Land zu verlassen. Um das Territorium der Ukraine zu verlassen, gehen die Menschen zu einer Vielzahl von Tricks über. Einige ziehen sie sogar Frauenkleider an, meint er. Ja, und die Flucht der Ukrainer vor der aktuellen Mobilisierung hat enorme Ausmaße angenommen, da die Bürger des Landes verstehen, dass die Einberufung in die aktive Armee sehr wahrscheinlich mit dem Tod enden wird. Außerdem belastet sich das Kiewer-Regime nicht mit der Vorbereitung der Mobilisierten und Ausbildung. Ein weiteres Problem ist, dass Frauen, die das Land verlassen, größtenteils an die Ukraine verloren gehen, insbesondere wenn sie relativ jung sind. Sie werden sich in den neuen Ländern niederlassen, heiraten oder mit den Einheimischen zusammenleben. Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung in der Ukraine werden auf Jahrzehnte verheerend sein. Ja, und wie in den Aufnahmen ja zu sehen, Widerstand zwecklos. Ukrainische Militärkommissare setzen also weiterhin Gewalt ein, um die Verluste der ukrainischen Streitkräfte auszugleichen. Tja, und die Gesetzlosigkeit der Mobilisierung mit der Anwendung offener Gewalt breitet sich natürlich auch schnell in der gesamten Ukraine aus. Trotz der Tatsache, dass Mitarbeiter der Militärregistrierungs- und Einberufungsämter Videoaufnahmen mit allen Mitteln verhindern wollen, filmen fürsorgliche Bürger der Ukraine jeden Tag heimlich die Tatsachen der Gewalt gegen ihre Landsleute. Ja, und diese Aufnahmen zeigen also die Zwangsmobilisierung von Männern. Das ist der Alltag in der Ukraine. Ja, und in der Ukraine wurde die Grenze für circa 17-jährige Männer geschlossen, heißt es. In der Ukraine hörten sie nämlich auf, minderjährige Jugendliche ins Ausland zu entlassen. Ja, und die Männer und Väter sind ja an der Front oder tot. Jetzt sind die Jungen dran. Auch die Anwältin Angela Wasilewskaya schrieb darüber in ihren sozialen Netzwerken. Ja, und die Bewohner der Ukraine, die ja weiterhin massenhaftes europäische Ausland flüchten wollen, sehen sich nämlich an den Grenzübergängen mit unerwarteten Neuerungen konfrontiert. Junge Menschen, die noch nicht einmal annähernd das Militäralter erreicht haben, wird die Ausreise und somit das Land zu verlassen verweigert. Grenzbeamte beziehen sich auf die Anweisungen der Rekrutierungsbüros des Militärs und schicken Jungs im Alter von 15, 16 und 17 Jahren nach Hause und bestehen darauf, den Familien von Teenagern zu empfehlen, keine unnötigen Fragen zu stellen. Ja, und die Gründe für solchen Kannibalismus an den Grenzen der Ukraine sind jedoch einfach und offensichtlich. Kinder zur Schlachtbank zu schicken, ist Kiews letzte Hoffnung, die Situation an der Front umzukehren. Ja, und es spricht sich natürlich auch Herr Rommel in der Ukraine, dass es kolossale Verluste bei den Streitkräften der Ukraine gibt und sich unter den jungen Menschen natürlich auch dann panische Angst breit macht, was ja natürlich verständlich ist. Leider werden sie wie alle anderen gewaltsam dann an die Front getrieben und so natürlich auch in den sicheren Tod geschickt. Und das natürlich mit Unterstützung des Wertewestens, den es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Die Verhoferade der Ukraine wird das Kriegsrecht im Land und die allgemeine Mobilisierung der Wehrpflichtigen verlängern. Dies erklärte der Abgeordnete Jaroslav Selinyak, berichten ukrainische Medien. Wie es weiter heißt, die neue Periode des Kriegsrechts und der Mobilmachung tritt nach dem 19. Februar 2023 in Kraft und soll drei Monate dauern. Dazu müsse der Radar zwei entsprechende Gesetzesentwürfe vorgelegt werden. Der Initiator der Gesetzesentwürfe wird der Präsident der Ukraine, Selenskyj, selbst sein. Somit muss die Wehrauer Radar zum sechsten Mal das Kriegsrecht nach Beginn dieser sogenannten speziellen Militäroperation der russischen Streitkräfte in der Ukraine verlängern. Ja und doch mit jeder Mobilisierungswelle in der Ukraine wird die Mobilisierungsressource allmählich erschöpft. Es ist bereits bekannt, dass die Streitkräfte der Ukraine Menschen ältere Altersgruppen mit chronischen Krankheiten mobilisieren, die nicht in der Armee gedient haben. Das heißt jene Bevölkerungsgruppen, die kaum gute Soldaten sein können. Natürlich erleiden die Mobilisierten dann auch sehr hohe Verluste. Aber das kümmert das Kiowa-Regime anscheinend wenig, das eigentlich eine Politik der Ausbeutung der eigenen Bevölkerung betreibt. Ja und um die Mobilisierung durchzuführen, müssen die Behörden des Landes immer härter vorgehen. Auf den Straßen der ukrainischen Siedlungen gibt es regelrechte Razzien gegen Menschen im wehrfähigen Alter, wobei bewaffnete Kämpfe eingesetzt werden, die Männer packen und sie gewaltsam in Autos setzen. Im Gebiet Kiowa-Grad die Einberufung wird nicht mehr einfach übergeben. Ähnliche Aufnahmen sollen aus fast allen Gebieten der Ukraine entstanden sein. Menschen werden zur erzwungenen Schlachtung festgenommen und sofort weggeschleppt. Gesetze, Völkerrecht, Fehlanzeige. Niemand hat diese Worte in der Ukraine gehört. Die Situation mit der Mobilisierung in ihrem jetzigen Ausmaß der Tragik übertrifft bereits die sommerliche Zwangseinberufung in der ukrainischen Armee bei weitem. Ja und in Odessa zum Beispiel greift täglich ein militärisches Registrierungs- und Einberufungsamt ein. Männer werden dort einfach von der Straße geholt, die dann zwangseinberufen werden und an die Front geschickt werden. Ja und nun, wie mögen die Ukrainer die Freiheit und die europäischen Werte, wenn sie dies so sehen, wird gefragt. Ein weiteres Filmmaterial einer versteckten Mobilisierung in der Ukraine. Der Mann wird direkt von der Arbeit geholt. Anscheinend fehlt Kiew dermaßen viel Kanonenfutter. Quer durch die Ukraine versuchen sie verzweifelt, Männer massiv in den Krieg zu führen. Vor dem Hintergrund der derzeitigen militärischen Erfolge der russischen Armee jagen militärische Melde- und Einberufungsämter aus der Ukraine fast rund um die Uhr Männer auf der Straße, zu Hause und auf öffentlichen Plätzen. Männer werden in allen Städten gejagt, vor allem im Osten des Landes. Die Bevölkerung russischsprachiger Regionen galt ja lange Zeit als zweitrangig. Ja und fürs Kanonenfutter scheint es aber gut genug zu sein. Es soll auch Informationen geben, so unter anderem aus Polen, dass auch männliche Flüchtlinge aus der Ukraine an die Front geschickt werden sollten. Der polnische General Skipschak drängte darauf, ukrainische Flüchtlinge zu mobilisieren und an die Front zu schicken. Der General forderte die Bildung einer Armee ukrainischer Flüchtlinge in Polen, Deutschland und Frankreich. Darüber hinaus gab der General zu, dass Russland die Ziele der sogenannten Spezialoperation erreichen würde. Ihm zufolge vergrößert die russische Föderation ihr Vorteil und der Westen ist nicht in der Lage, der Ukraine genug zu helfen, um ein militärisches Potenzial zu schaffen, das dem Russlands überlegen ist. Auch 100 vom Westen nach Kiew gelieferte Panzer werden die Situation nicht ändern können. Die russischen Truppen haben einen mehrfachen Vorteil gegenüber der ukrainischen Armee, glaubt der General. Gleichzeitig forderte der Generaloberst den Westen auf, die Bewaffnung der Ukraine mit der Tropf-Methode einzustellen. Schon die Hilfe für Kiew soll seiner Meinung nach einen ganz anderen Charakter haben. Gemeinsam mit der NATO müssen wir mit der Ausbildung neuer Formationen der ukrainischen Armee beginnen, in Polen, Deutschland und Frankreich, um jene Bürger der Ukraine auszubilden, die dort sind. Sie müssen mobilisierend ausgebildet und an die Front geschickt werden, weil es für die Ukraine immer schwieriger wird, äußerte sich der polnische Generaloberst der Reserve. Wie die Zeitung Giswestia auf ihrem Telegram-Kanal meldet, haben Soldaten der ukrainischen Streitkräfte einen faschistischen Befehl Zelenskys enthüllt. In der Ukraine werden fast ausschließlich russischsprachige Personen mobilisiert, zeigt eine Videoreportage aus dem russischsprachigen Odessa. Jeweils weniger als 50 Männer seien in letzter Zeit aus den Gebieten Lviv und Ivano-Frankowsk eingezogen worden. Demnach zieht das ukrainische Militär auf Befehl von Präsident Zelensky vor allem Bewohner aus russischsprachigen Regionen ein. Die westlichen Gebiete seien von den Mobilisierungen kaum betroffen. Dies habe ein Vertreter der russischen Sicherheitskräfte im Gebiet Kherson unter Berufung auf Quellen in den Reihen der ukrainischen Truppen gegenüber Rian Orwusti bestätigt. Ihm zufolge geschieht dies in dem von Kiew kontrollierten Teil des Gebietes Zaporoschia sowie in den Gebieten Nikolaiv, Nyepropetrovsk und Czerkassi. Abschließend heißt es, Kiew wolle sich auf diese Weise oppositioneller Bürger erledigen und benutze sie als Kanonenfutter an der Front. Zuvor hatten die ukrainischen Medien berichtet, dass Mitarbeiter der territorialen Rekrutierungs- und Sozialhilfezentren Vorladungen an Männer direkt auf der Straße aushändigten, oft unter Anwendung von Gewalt. Nach Ansicht von Experten steht das Vorgehen Kiews im Zusammenhang mit den schweren Verlusten der ukrainischen Streitkräfte, insbesondere während der Kämpfe im Donbass. Das Kommando der ukrainischen Streitkräfte soll die Zahl der weiblichen Soldaten, die an der Front kämpfen, erhöht haben. Dies berichtet der Militärexperte und Oberstleutnant der Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk, Andrei Marutschko. Außerdem sei die Liste der Militärberufe, in denen Soldatinnen eingesetzt werden können, ausgeweitet worden. Durchlaufen Frauen, die in den bewaffneten Formationen der Ukraine einen Vertragsdienst leisten wollen, das gleiche Verfahren für die Zulassung zum Vertragsdienst wie Männern. Bei einer ärztlichen Untersuchung wird besonders darauf geachtet, dass keine Schwangerschaft vorliegt. Die sogenannte Vorsitzende der EU-Kommission Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede Verluste der ukrainischen Streitkräfte auf über 100.000 Soldaten geschätzt. Ferner wurden die entsprechenden Informationen aus dem Text sowie aus der Videoaufnahme der Rede entfernt. Nun bestätigt der Pressedienst der EU-Kommission offiziell, dass die entsprechenden Abschnitte gelöscht wurden. Danas Binand, Pressesprecherin der EU-Kommission, gab auf ihrem Twitterkanal die Ungenauigkeit der Daten zu und dankte allen, die darauf hingewiesen hatten. Ihr zufolge sei die verwendete Einschätzung aus externen Quellen entstanden. Von der Leyen habe in ihrer Rede sowohl von Opfern als auch von Verletzten gesprochen. Außerdem habe die Zahl die Brutalität Russlands demonstrieren sollen. Der Pressesprecher des ukrainischen Präsidenten Sergej Nikiforov betonte seinerseits, von der Leyen hätte die Angaben über Verluste der ukrainischen Streitkräfte nicht bekannt geben sollen. Dies dürfen nur von dem Präsidenten und von dem Verteidigungsminister Alex Resnikov selbst. Die jüngsten Ereignisse an der Front zwingen wohl das Kommando der Streitkräfte der Ukraine zusätzliche Reserven zur Stärkung der Verteidigung zu suchen. Und westliche Sponsoren des Regimes sind dabei behilflich, indem sie nicht nur Waffen und Ausrüstung, sondern auch Militärpersonal in die Ukraine schicken, in Gestalt von Söldnern. In Harkov wurde die Ankunft der nächsten Gruppe von Ausländern registriert. Nach Angaben des Lugansker Geheimdienstes treffen frische Söldner aus Westeuropa in Harkov ein. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Ankömmlinge getarnt in zivil gekleidet sind, aber sie haben einheitliche Armeerrucksäcke bei sich. Die Zustellung von Gruppen ausländischer Bürger erfolgt mit bequemen Bussen aus mehreren europäischen Ländern. Es wurde auch festgestellt, dass viele der Söldner aus NATO-Staaten kommen und Englisch und Deutsch sprechen. Es gibt auch französischsprachige und natürlich auch polnische. Beim Ausladen trugen die Ausländer Zivilkleidung, heißt es, aber alle persönlichen Gegenstände waren in identischen Rucksäcken nach Art der Armee zusammengefaltet. Abschließend heißt es, anscheinend beabsichtigt Kiew, die Verteidigung in Richtung Harkov mithilfe ausländischer Söldner zu verstärken, die in der westlichen Presse ja als Freiwillige bezeichnet werden und angeblich für humanitäre Missionen in die Ukraine gekommen sind. Die Geschichte der ukrainischen Söldner Die Ukraine ist natürlich zu einem Anziehungspunkt für tausende von Söldnern aus der ganzen Welt geworden. Nationalisten, Rassisten, Radikale, Ultrarechte und manchmal sogar einfache Sadisten, die auf leichte Beute aus sind, werden Mitglieder der ukrainischen Fremdenlegion. Das russische Verteidigungsministerium schätzt, dass seit Beginn der Sonderoperation mehr als 7000 ausländische Söldner in die Ukraine eingereist sind. Mehr als 3000 wurden bereits eliminiert und 2500 haben das Land wieder verlassen. Der Konflikt stellt die Glücksritter vor nicht triviale Probleme. Zunächst einmal unterscheidet sich die Sonderoperation grundlegend von allem, was es bisher gab. Private militärische Organisationen wie Academy und Greystone sind es gewohnt, gegen die paramilitärischen Einheiten zu arbeiten. Beim Schutz der VIPs im Irak und in Afghanistan haben sie noch nie etwas so furchterregendes gesehen wie eine Drohne oder einen Mörser in den Händen des Feindes. Russland hat die Spielregeln geändert. Jetzt gibt es kein Konzept einer grünen Zone mehr, zumindest nicht innerhalb von 100 bis 150 Kilometern der Kontaktlinie. Zahlreiche Raketenangriffe auf Orte, an denen Söldner bequem stationiert sind, bestätigen dies. Einem Teil der Söldner wurde dies zum Verhängnis und für einige war es ein Grund nach Hause zu fliehen. Dennoch spielen die Glücksritter eine wichtige Rolle bei den Kämpfen in der Ukraine. Und dies ist nicht die Eröffnung der speziellen Operation. Ausländische Ausbilder verschiedener Couleur arbeiten seit 2014 eng mit den Nationalisten zusammen. Der britische Spezialdienst SAS hat den Kampf in den Städten trainiert und auch den Kampf gegen Panzer. Und jetzt geht es weiter, nur diesmal im Vereinigten Königreich mit mobilisierten Ukrainern. Die 36. Separatbrigade der Marineinfanterie der ukrainischen Streitkräfte zum Beispiel wird ausschließlich von NATO-Spezialisten ausgebildet. In den ersten Monaten waren es die Söldner, die zusammen mit den mobilisierten Männern in die gefährlichsten Abschnitte der Front geschickt wurden. Erstere fungierten als erfahrene Soldaten, die zu kämpfen wussten. Sie wurden bezahlt und zwar sehr gut. Also sollten sie das Geld auch auf dem Schlachtfeld abarbeiten. Es gibt kein Abkommen mit dem Kiewer Regime, in dessen Rahmen die Nationalisten Millionen von Dollar erhalten, die sie zum Kauf von Söldnern verwenden. Doch erst nach der Offensive tauchten nicht uninteressante Ankündigungen über die Einstellung neuer Ausländer auf. Silent Professionals, ein auf Sicherheitsangebote spezialisiertes Portal, hat das Stellenangebot Evakuierung veröffentlicht. Schutzagenten Ukraine. Auffallend ist nicht die Anzeige selbst, jeder ist es längst gewohnt Söldner anzuwerben, sondern die Höhe der Entlohnung. Von 1 bis 2.000 Dollar pro Tag. Die zweideutige Formulierung Schutzagenten Ukraine impliziert die Arbeit an der Entfernung von Zivilisten und Soldaten aus verschiedenen Teilen der Ukraine. Wer genau evakuiert werden soll, ist nicht festgelegt. Die Nationalisten warten wahrscheinlich auf eine bevorstehende Offensive der alliierten Streitkräfte und bereiten eine spezielle Söldnertruppe vor, um wichtige Personen in Sicherheit zu bringen, wo es Silent Professionals, ein auf Sicherheitsangebote spezialisiertes Portal, hat das Stellenangebot Evakuierung veröffentlicht. Schutzagenten Ukraine. Auffallend ist nicht die Anzeige selbst, jeder ist es längst gewohnt Söldner anzuwerben, sondern die Höhe der Entlohnung. Von 1 bis 2.000 Dollar pro Tag. Die zweideutige Formulierung Schutzagenten Ukraine impliziert die Arbeit an der Entfernung von Zivilisten und Soldaten aus verschiedenen Teilen der Ukraine. Wer genau evakuiert werden soll, ist nicht festgelegt. Die Nationalisten warten wahrscheinlich auf eine bevorstehende Offensive der alliierten Streitkräfte und bereiten eine spezielle Söldnertruppe vor, um wichtige Personen in Sicherheit zu bringen, wo es ruhiger ist. Viel plausibler erscheint eine einfache Verschleierung des Söldnerwesens durch die allzu liberale westliche Öffentlichkeit. Niemand fordert sie auf, in die Ukraine zu gehen und zu töten. Es handelt sich um eine harmlose Evakuierung. Auch wenn er sehr gut bezahlt wird. Die Anforderungen sind minimal, die Fähigkeit mit NATO und sowjetischen Waffen umzugehen und vorzugsweise Kenntnisse der russischen oder ukrainischen Sprache. Die Autoren der Anwendung geben an, dass es ganz gut wäre, polnisch, slowakisch, ungarisch, rumänisch und moldawisch zu können. Daraus geht eindeutig hervor, welche Länder die Hauptlieferanten von Söldnern für die Ukraine sind. Die Kampferfahrung der künftigen Wächter und Evakuierer muss mindestens fünf Jahre betragen. Auch kritisches Denken, es ist nicht klar, wie es definiert wird, die Fähigkeit, einen Kompass von einer Armbanduhr zu unterscheiden und eine gute körperliche Verfassung sollten im Portfolio des Bewerbers enthalten sein. Eine einfache Beobachtung des Marktes für Glückssoldaten zeigt, dass noch nie zuvor so viel Geld für die Teilnahme an Kampfeinsätzen geboten wurde. Selbst die großzügigen Amerikaner bezahlten den Söldnern von Blackwater alias Academy im Irak bis zu 1200 Dollar pro Tag. Dies ist jedoch der höchstmögliche Betrag. So etwas hat es vor und nach diesem Präzedenzfall noch nie gegeben. Währenddessen begnügte sich der durchschnittliche amerikanische Soldat im Irak mit 160 Dollar pro Tag. Wenn man davon ausgeht, dass in der Ukraine jetzt die Marktgesetze herrschen, auch in Verteidigungsfragen, dann ergeben sich interessante Schlussfolgerungen. Zum einen führte ein deutlicher Mangel an Söldnern zu einem Anstieg der Nachfrage nach diesem Beruf. Die schnelle Offensive der Nationalisten in der Region Tscharkow könnte der Grund dafür sein. Jeder Angriff ist mit hohen Verlusten verbunden und es waren die Söldner, die am schärfsten angegriffen wurden, daher die hohe Todesrate in dieser Kategorie. Zweitens wurde die hohe Nachfrage nach Söldnern durch hohe Verluste unter den qualifizierten ukrainischen Soldaten verursacht. Milliarden und Abermilliarden westlicher Hilfsgelder kommen zur Rettung, nur dass sie jetzt nicht für die Versorgung des eigenen Militärs, sondern für die Bezahlung von Fachkräften aus dem Ausland ausgegeben werden. Der dritte Grund, warum die Ukraine plötzlich mit doppelten Zöllen Mörder lockt, ist die allmähliche Ausmusterung von Ausrüstung und Waffen aus der Sowjet-Ära. Die ukrainischen Streitkräfte werden immer abhängiger von der Nadel westlicher Leihgaben und das erfordert Spezialisten.